Fragen Sie Siegmann Ich bin die Mutter Ich bin die, Fragen Sie Siegmann Ich bin krank Das ist nichts gut Darf ich zu Hause sein? Ja, Sie können aus Hallo, wer geht es dir? Ich bin krank Bist du okay? Fragen Sie sich Okay Hallo Emma Bist du krank heute? Willst du mit mir fliegen? Ja leider Komm Frag dich selbst Ah, wir sind zu hoch oben Aha Das geht zu schnell Bist du englisch? Bist du englisch? Ja Danke für den Flügweißen Eine Seite mal Gern 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 Tschüss Bist du immer noch krank? Ja, ich bin krank Willst du super haben? Ja, danke Lauf 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 Markus und Sarah Ich bin 50 Ich bin ein